hi leute und herzlich willkommen zu einer neuen runde minecraft sky wars heute mit dem teleporter kit und direkt dem besten equip oder ich würde sagen ich gehe direkt auf den er hat die barbe rüstung gibt sie mir bitte danke so jetzt freue ich nur noch die eisenhose mensch oder eine goldhose okay sonst ist hier gerade nichts mehr und mein geil ist voll klein wartet mal aber das ist schon das größte ich mit meinen fettfingern so wieso nein das kann nicht sein ja okay nächste runde so da sind wir schon in der nächsten runde und hoffentlich wird diese runde besser weil die vorherige runde das war doch echt noch peinlich doch komm du fliegst jetzt nö kein team kannst du vergessen immer diese doofen teamer ich will nur die dia axt okay ich bin hier die billi der serienmörder bleibt an der truhe dann fällt es mir nur leichter hey jetzt ernsthaft zu gebaut ich hoffe nicht also nicht überall ja als ob nice one alter erst mal die ganze zeit sneaky bitte wieder ein dia schwert mama so was für kot bekomme ich dieses mal ich bekomme kotroyal ich bekomme gar nichts ja wo ist meine die eisenhose ja dann nehme ich halt das dia schwert als alternative ne jetzt noch mal schwache rüstung äh da ist ein creeper aber egal ich frage mich schon gar nicht mehr weil ich was ist das ja wenn ich mich jetzt schlagen kann hey ich wo backe ich denn ey schlag mich was du kleines stück kotzt jetzt habe ich gewonnen vg und ich würde sagen wir sehen uns bei der nächsten runde minecraft skywars vor allem ist da hin dann ciao ja